Musik Susul, hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims, heute am Sonntag, heute mit einer Baufolge. So, wir machen mal weiter mit der Küche, hier ist noch einiges dran zu tun. Ja, als erstes würde ich sagen, suchen wir uns jetzt eine schöne Wandfarbe. Ich weiß noch gar nicht, was ich da nehmen könnte. Ich bin noch gar nicht so wirklich, nee, also von der Art her wäre zum Beispiel sowas denkbar, aber von der Farbe halt überhaupt nicht. Übrigens, die Umfrage, was das Badezimmer angeht, hat ergeben, dass 64%, fast 64,1% für das Holz waren. Das heißt, es wird so bleiben, wie es jetzt ist. Die wenigsten waren für die Teppiche. So, wie gesagt, da 64% für das Holz waren, wären auch selbst alle Prozentsätze der Teppiche nicht ausreichend gewesen, um das Holz zu seinem Thron runter zu stoßen, schubsen. Oh je. Ähm, ja. Was machen wir denn hier mal? Uh, die ist so cool, die Tapete. Die habe ich mir jetzt irgendwo runtergeladen. Wo hatte ich sie mir denn da runtergeladen? Toll. Nein. Da ist keine Beschreibung drin. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Da weiß ich leider gar nicht, ob ich da... Da kann ich jetzt eigentlich gar nichts zu sagen, weil ich absolut nicht weiß, wo das her ist mehr. Ich habe mir jetzt so viel runtergeladen gehabt. Nee, das sieht nichts aus. Es ist zwar auch wieder runtergeladen, ja, aber ich tiniere gerade tatsächlich zu dieser Wand hier. Und zwar wirklich auch in diesem braunen Ton, weil das passt einfach extrem gut zu der Sache mit dem Holzboden und mit den Balken, finde ich. Das ist einfach irgendwie stimmig. Gefällt mir. Von daher würde ich einfach mal sagen, bleiben wir dabei. Jo, doch. So, ja, die Lampe, die finde ich hier einfach genial drin, muss ich sagen. Mal schauen, was wir hier mal noch... Vielleicht können wir etwas ans Holz dranhängen. Was ich hier mit dem Rest des... des Zimmers mache, weiß ich irgendwie immer noch nicht so ganz. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich bin irgendwie so... so komplett planlos. Könnt ihr so eine ganz schlichte Wand nehmen? Wobei, das ist nicht wirklich Finca-like eigentlich. Was hat man in der Finca so im Wohnzimmer? Keine Ahnung. Vielleicht einfach so... Ähm... Vielleicht einfach so Terracotta... Nicht... Ja, 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 doch schon. So Aprikofarbene Wände. So was vielleicht? Schwierig. Schwierig. Was machen wir hier rein? Ich weiß es gerade wirklich nicht. Ich bin momentan wirklich noch komplett überfragt, weil ich überhaupt nicht weiß, wie wir das hier und das hier nutzen wollen. Tja. Das kommt davon, wenn man so riesig baut. Ich bin einfach nicht mehr die Person, die riesig baut. Egal. Wir bauen jetzt erstmal hier weiter, würde ich sagen. Denn in der Küche haben wir noch so einiges zu tun. Ähm... Sanitär. Wir brauchen als erstes mal ein Waschbecken. Okay, wir brauchen natürlich eigentlich nur Waschbecken oder Spülmaschine. Aber ich weiß es nicht, warum ich bin irgendwie immer noch der Fan, beides irgendwie zu machen. Ich kann nicht mal sagen, warum. Irgendwie ist das einfach so. Ähm... Ja, die machen wir weiß, würde ich sagen. Ähm... Bim, 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 bim. Machen wir die direkt daneben. Ja, würde ich sagen, ne? Dann haben wir das hier einfach... Dann haben wir die Gerätschaften schon mal alle zusammen. Was ist das denn hier? Ach, das ist diese... Diese Espresso... Dieses Espresso-Moped. Kann man am bestimmten... Kann ich das nur auf einer Bar platzieren? Interesting. Ich habe gar nicht... Doch, hatte ich. Hä? Was schreibe ich denn jetzt hier? Move Objects. Dieser Cheat ist wichtig. Boah. So. Dieser Cheat ist wichtig, wenn ihr irgendwas irgendwo hinsetzen wollt, wo ihr es eigentlich gar nicht hinsetzen könnt normalerweise. Aber interessanterweise wusste ich gar nicht, dass das hier so nicht funktioniert. Ja, ähm... Was ich hier gerne noch drin haben wollen würde... So eine krasse Espresso... So eine krasse Espresso... Äh... Krasso! Krasso Espresso! Krasse Espresso-Maschine. Das ist schon cool. Ähm... Ich würde hier eine Eismaschine... Würde ich hier auf jeden Fall hinstellen. Die würde ich aber nicht hier hinstellen. Die würde ich irgendwo so... Hier hinstellen. Viel mehr, glaube ich. Und ich meine, so eine Espresso-Maschine kann jetzt auch nicht unbedingt schaden. Ich frage es nur, vielleicht stellen wir das auch beides so hier hin. Hoppala. Vielleicht stellen wir es auch einfach hier so nebeneinander. Oder wir stellen die Espresso-Maschine vielleicht einfach hier hin. Könnte man ja auch, ne? Ich muss mir jetzt erst mal überlegen, was wir da noch drüber machen. Irgendwas brauchen wir da definitiv noch drüber. Dazu schauen wir mal, was wir denn hier an Schränken haben. An dieser Variation. Mit dem Rot. Ich würde hier auf jeden Fall... Ähm... So relativ hohe Schränke machen. So, das müssen wir einmal drehen. Hä? Ach, das ist Fallschirm. Ah! Das macht natürlich Sinn. So, ich will hier aber gar nicht so Riesenschränke drüber hauen. Das machen wir mal relativ... Oh, ne, das ist doof. Ähm... M-M? Ja, hier mach mal... Ihr mach mal... Das mach mal relativ... Was ist eigentlich, wenn ich das hier so... Ach so, ach, das ist dann wirklich nur Deko rein. Da kann ich keinen... Kann ich nicht irgendwie mit dem... Mit dem Kühlschrank dann rumspielen, dass ich den da drin versenke. Schade. Na gut. Wobei ich das fast eigentlich schon wieder ein bisschen zu krass finde. Das erschlägt einen irgendwie so, wenn ich das so mache. Oder? Was meint ihr? Ich würde dann vielleicht lieber hier so ein Regal nehmen. Was... So... Hier, sowas. Das können wir auch gerne in Weiß nehmen. Das ist dann einfach nochmal so ein bisschen abgetrennter. Leider kann ich das nicht so spiegeln, dass das dann hier so auf der Seite so ist, dass das hier nach außen ist. Das geht leider nicht. Ich überlege gerade, ob es hier noch eine andere Variante gibt, die vielleicht passender wäre. Ähm... Das passt nicht. Ich glaube tatsächlich, wir haben nichts dergleichen. Was schade ist. Oder wir machen sowas. Würde auch gehen. Oder wir machen es ganz schlicht so. Aber hier finde ich die Holzfarbe nicht so gut. Das hier wäre auch eine Möglichkeit. Ich tendiere tatsächlich gerade zu dieser Variante. Obwohl er so natürlich... Ha, das sieht natürlich so wieder ein bisschen mächtiger aus. Oder wir lassen einfach auf der Seite komplett die Regale weg. Das wäre die nächste Möglichkeit. Hm. Tja. So viele Möglichkeiten. Wir schauen jetzt erstmal hier weiter. Ich würde gerne... Warte mal, das war bei Deko, oder? Oder war das bei... War das bei Apparaten? Ne, das war bei Apparaten, ne? Genau. Da wollte ich nämlich ganz gerne so eine Dunstabzugshaube drüber hängen. Die Frage ist nur was. Ich finde hier muss... Ja... Was muss hier eigentlich hin? So eine Mischung aus Modernen und sowas zum Beispiel. Das hier würde auch gehen. Äh, da hängt das ein bisschen doof im Fenster. Was mich aber irgendwie gerade gar nicht so wirklich stört. Das hier wäre die andere Möglichkeit. Hm. Schwierig. Ich glaube, ich wäre dann tatsächlich aber doch eher... Für diese Variante hier. Ich kann nicht mal genau begründen, warum. Irgendwie... Es fühlt sich so richtig an. Hier würde ich gerne... Genau. So irgendwie was hinhängen. Ich liebe das ja total. So Kochutensilien hier irgendwie drüber zu hängen. Wenn ich das hier ein bisschen tiefer hänge... Das hier wäre doch eigentlich optimal über dem Herd. Machen wir es mal so. Machen wir das mal so. Alles andere ist ja eigentlich eher... So, die hängen wir... Die hängen wir... Die hängen wir mal hier hin. Zack. So, das hier hängen wir natürlich auch hier irgendwo. Das könnten wir natürlich... Warte mal gerade. Gibt es das auch mit Weiß? Ja, das gibt es auch mit Weiß. Wäre natürlich auch eine Idee, das da noch so drüber zu hängen. Wäre natürlich auch eine Idee. Oh, jetzt muss ich mal was ausprobieren. Das drehen wir jetzt hier. Ich weiß... Ich wette, ihr wisst, was ich vorhabe. Ah, ist schon ein bisschen kitschig so, ne? Also müsste ich das dann... Nein. Wenn, dann machen wir das da hinten hin. An den Holzbalken können wir es leider nicht hängen. Das sieht da einfach total dämlich aus. Deplatziert. Das passt vorne und hinten nicht. Ich finde, sowas passt hier natürlich auch sehr schön in so eine Mediterranke. in die Küche rein. Diese Bilder hier. Und deswegen würde ich auch sagen, nehmen wir die direkt mal. Einmal das mit Apfel und einmal das mit Orange. Das mag ich irgendwie. Aber ich glaube, ich vertausche das. Oder hänge ich das leicht übereinander? Dass ich das so irgendwie mache? Dann haben wir hier vielleicht dann doch noch Platz für die weißen Herzchen. Wäre ja eine Idee, dass man das so macht und hier dann halt die Herzchen noch hin. Und hier vielleicht nur so eine kleine Lampe. Wäre vielleicht sogar ganz cool. Beleuchtung, was würde denn da dann hinpassen? Wandlampe auf jeden Fall in dem Fall dann. Ähm, nee. Die ist zwar cool für Akzente, aber hier brauchen wir halt, wenn dann, einen anderen Akzent. Hätten wir dann hier irgendwas, was hier hinpasst? Das ist so krass. Das sind einfach so Sachen, die geben viel zu viel Licht. Das können wir hier gar nicht gebrauchen. Das hier, das kann doch, ich finde, dass manchmal so Sachen, die eigentlich da draußen gehören, drinnen richtig cool aussehen können. Und ich mag das irgendwie. Ich mag das. Ja, ähm. So, Deko. Wir müssen wieder in den Dekobereich gehen. Und da fehlt noch das eine oder andere. Ah, ba, 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 ba. Was könnten wir denn hier oben mal... Wo ist denn nochmal diese Gewürzwand? Die war doch hier, oder? Ja. Das Gewürzregal. Ich finde, das Gewürzregal geht immer. Das hängen wir mal da hin. Die Speisetafel finde ich halt auch richtig genial. Immer wieder aufs Neue. Die hätte man hier natürlich auch hinhängen können. Ah, wisst ihr was, Leute? Die könnte man auch hier hinhängen. Und dann einfach links und rechts davon so eine Lampe. Das hätte dann so ein bisschen den Draußencharakter. Aber dann hängt die Lampe da so doof an. Stoßt sich die Sims den Kopf. Das ist vielleicht auch nicht unbedingt so super. Nee, nee, nee. Dann müssen wir uns noch was anderes einfallen lassen. Ich suche gerade noch was. Aber ich weiß nicht mal... Ich kann nicht mal sagen, was ich suche. Ei, das ist immer doof. Da sie ist immer doof. Ich hatte hier doch auch schon mal... Ich habe doch mal in einem anderen Haus... Hatte ich doch mal hier so... So einen Blumenkübel. So einen kleinen. So was hier. Das passt hier aber leider gar nicht so gut hin. Wie ich gehofft hatte. Warte mal. Wie sieht denn das aus? Nein. Nein, 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 nein. Nee. Nicht so wirklich. Hier diese Blumenhängerampel. Die kann man gut hier dran hängen. Müsst du ja nur mal noch schauen, welche Farbe man da nimmt. Nee. Auch nicht. Schon eher. Das finde ich gut. Sondern dann können wir das hier nämlich... Nein. Ich habe vergessen, Alt zu drücken. Jetzt bin ich wieder nach sonst wo hingesprungen. Das wollte ich gar nicht. Nein. Egal. Wir sind ja schnell wieder da, wo wir hinwollen. So. Alt. Und jetzt in der Höhe verschieben. Und jetzt so einen Ticken nach vorne. Das ist doch schön. Das ist toll. Das mag ich. Ich finde, hier oben gehört auch noch wieder der obligatorische Efeu hin. So da auf das Regal drauf. Das mag ich einfach total gerne. Jetzt muss ich nur den Efeu erstmal wieder finden. Gott, ich habe so viele Pflanzen mittlerweile runtergeladen. Das ist Wahnsinn. Aber wenn jemand so viele Pflanzen reinbastelt, wie ich das immer mache, dann braucht man natürlich auch irgendwo mal so ein bisschen Abwechslung. Und lädt dann natürlich auch das eine oder andere runter. Wenn wir sogar auswahl, was wir hier... Guck mal. Da können wir doch mal hier... Guck. Das passt doch viel besser hier rein. Oh. Das ist schön. Guck mal hier. Das sieht doch schon viel, viel besser aus. Ich überlege jetzt, ob ich hier überhaupt noch großartig so viel in die Küche rein stelle. Hinten vielleicht noch so... Hier könnte man vielleicht auch noch eine Pflanze hinstellen. Ich bin... Ich mag das hier immer sehr gerne in der Küche. Vielleicht auch ruhig ein bisschen größer. Dann fällt es wenigstens auch auf. Ja, ich überlege jetzt, ob es überhaupt sinnvoll ist, noch so großartig viel mehr hier reinzubauen in die Küche. Schreibt mir doch einfach mal, würdet ihr hier jetzt noch was großartig dran verändern? Oder würdet ihr das schon so relativ aufgeräumt und unaufgeregt lassen? Wenn nicht, was würdet ihr vielleicht noch ändern? Und würdet ihr noch was auf die weißen Regale draufstellen? Oder würdet ihr die vielleicht auch mal offen lassen für Sammelgegenstände? Ich bin gespannt. Schreibt es mir doch in die Kommentare und damit verabschiede ich mich für heute. Morgen sehen wir uns in unserer Familie wieder. Und dann werden wir höchstwahrscheinlich Cleo nochmal auf die Arbeit begleiten. Also ihr Lieben, macht's gut. Bis dahin. Ciao.